Herzlich Willkommen bei Angels Share Whisky und heute sitze ich wieder mit Tino da. Hallo! Der Tino hat mir nämlich was schönes mitgebracht, das hat er bei uns letztens erst erstanden und so müssen wir diese Flasche nicht öffnen. Deine eigene Flasche zum verkosten, tolle Sache. Wir trinken heute den Glen Scotia Campbelltown Malls Festival 2021, eine limitierte Version von Glen Scotia und zwar ist das eine Fassstärke und wie wir sehen, scheint es in Tino bisher geschmeckt zu haben. Leider. Positiv, leider. Der Whisky ist nicht gefärbt, nicht filtriert und wir haben hier ein Finish im Bordeaux Fass mit 56,1 Volumenprozent. So, die Vorlagerung ist dann wahrscheinlich Birbenfass, gucken wir mal. Genau, also die Reifung in 100% Fürst für Birben Barrels und dann haben wir ein Finish im Bordeaux Rotweinfass. Für wie lange wissen wir nicht. Gesamt ist der zehn Jahre alt und wir haben hier ein Unpeated Glen Scotia, also nichts mit Torf, aber mit einer sehr schönen Stärke und wie ich finde auch mit einer sehr sehr schönen Farbe. Magst du einschenken? Ich meinst ja deine Flasche. Eigentlich darfst du ja nicht so viel einschenken. Ne, mach nicht so viel. Wir trinken ja heute noch ein bisschen was. Ja? Ja, mir war so. Ja, zu Glen Scotia als solches. Glen Scotia ist 1832 gegründet worden auf der wunderschönen Halbinsel Campbelltown. Eine der wenigen Morddistillen, die es dort noch gibt. Bekannteste auf Campbelltown dürfte Springbank sein. Und Glen Scotia hat viele Jahre eher so ein Schattendasein gefristet und ist dann 2019, meine ich, von Hill House übernommen worden. Hill House Management Company. Dahinter versteckt sich ein chinesischer Investor, der hier zuständig ist für die Produkte der Loch Lomit Group. Das heißt, hier gehört auch die Loch Lomit Distillerie in Alexandria dazu. Und noch eine Distiller, die mir gerade entfallen ist. Und halt eben auch Glen Scotia. Seit der Zeit haben wir ein bisschen was rausgebracht. Es gibt eine wunderschöne Standard Range. Alles geht beim klassischen Glen Scotia Double Barrel los. Und wie gesagt, hier auch immer mal Sonderabfüllungen. Und die letzte Abfüllung, Stand jetzt, ist eben diese Abfüllung im Bordeaux Finish. Wollen wir mal unsere Rand schnuppern. Das ist so einer meiner Favourite. Ja, das ist auch ziemlich viel raus. Also für eine kurze Zeit, die du hast. Also ich muss dir sagen, wenn ich einen zweiten nehme bei meinen Videos im Samstag betreutes Trinken, dann muss ich ehrlich sagen, ist das immer momentan Nummer zwei. Oder so, wenn mir der Tag wieder zum, naja, Piep war. Also was ich toll finde an dem Whisky ist wirklich, du merkst dieses Wein Finish sofort. Du riechst sofort, ich sag jetzt mal, in trockenen Rotwein. Also es staubt etwas beim Reinriechen. Du siehst es auch, diese leichte, wenn du im Glas schwenkst, hast du immer so einen, also für mich, so einen leichten, wenn du das geschwenkt hast, so ein Rosé. Ja stimmt, das geht leicht und fröhlich. Und wenn du den, wenn du den, die leichten filmen hast, so ein Rosé-Ton. Und wenn du dann noch einen Tropfen Wasser drauf machst, beim, also beim Riechen, das ist so, wie wir der Manu sagen, ist wieder so ein Duftbaum-Whisky. Aber auch vom Geschmack her. Ja. Also was sehr, sehr schön ist beim, beim, beim Ranschnuppern, also du merkst wirklich, du merkst klar den Rotwein, du merkst den trockenen Franzosen. Es kommt danach auch diese, diese leichte Holzmuffigkeit im positiven Sinne, die, die dann da ist. Das Ganze verändert sich in Richtung, ja, rote Johannisbeere hätte ich jetzt gesagt. Also eine wunderschöne Säure ist präsent bei dem Whisky. Also mir, das ist was, was mir vom Riechen her sehr, sehr gut gefällt. Wie du schon sagst, diese leichte Muffigkeit, in Anführungszeichen. Das hat, das hat wirklich was, wie wenn du im Keller bist und machst die Augen zu und genießt den Whisky. Es riecht, es riecht tatsächlich auch so ein bisschen nach Weinkeller. Ja. Naja, genau. Das stimmt. Das hat er. Also wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Ich finde jetzt vom Riechen auch nicht besonders alkoholisch, muss ich sagen. Und so, wenn du siehst, die Flakes für den, also 10 Jahre, ist auch wirklich schön. Manu ist mein Whisky, der nicht 25 Jahre auf dem Buckel hat. Der mir gefällt. Ja, also er zieht wirklich echt schöne Nasen. Und wenn du dann, ich mache dann, jetzt habe ich es mir angewöhnt, immer einen Tropfen Wasser, zwei, drei Tropfen Wasser reinzumachen. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er auch ein kleines bisschen eine Trübe hat. Aber das kann natürlich auch Einbildung sein. Aber wäre ja auch ein Qualitätsmerkmal. Also es wird leider eine der ersten Flaschen, die relativ jung erworben sind und schnell alle sind bei mir. Ja, Whisky zu betrinken da. Richtig. Aufheben sollte man nichts. Mitnehmen kann man eh nichts. Also würde ich sagen, beiß man ab, oder? Obwohl ich, also ich schnuppere sehr, sehr gerne dran. Ich schnuppere auch sehr gerne. Also ich habe letztens mir ein Glas nach der Arbeit eingeschränkt zum runterfahren. Ich habe, glaube ich, eine Stunde an dem Ding dann bloß gerochen. Also es ist wirklich sehr schön, weil der entwickelt sich sehr schön im Glas. Ich finde, wenn du dem... Ich habe ein paar Tropfen Wasser rein, nehme ich mal den Unterschied. Ich finde, dann kommen die Aromen noch mehr, diese Süße, diese Fruchtigkeit noch mehr zur Geltung. Ja, ich würde gerade sagen, also er wird süßer. Er wird auch gefühlt milder. Ja. Vom Brandriechen her. Das kennt ihr. Also wenn die als Special Edition noch einen Duftbaum dazu packen, in demselben Noter, meine Noter mitbestücken. Ich habe auch irgendwas Keksiges jetzt da. Also das ist so ein bisschen... Also wie so ein bisschen Keksteig. Also nicht zu süß, sondern so wirklich Biskuitteig mäßig. Ja, irgendwie schon. Das kommt aber jetzt auch wirklich so mit der Zeit. Aber wie gesagt, diese feine Säure bleibt halt erhalten. Und das ist das, was ich echt spannend finde am Geruch. So, jetzt probiere ich mal. Also ich probiere erst ohne Wasser. Du hast gleich 500 Meter Wasser. Ich habe es ja schon ein paar Mal ausprobiert. Also andere ist da. Definitiv. Macht auch... Macht auch schön die Zähne stumpf. Du merkst den Birben als erstes, ne? Und dann kommt eine Süße. Also du hast... Dieses sanfte Vanille hast du da. Mhm. Dann kommt dieses... Leicht Fasslastige. Dieses süß-saure. Und dann kommt aber auch... relativ viel Holz. Mhm. Du merkst das lange... Ich mag dieses... Dieses holzige... Ähm... Leicht stumpfige... Schön lange am... Am... Am Gaubendach. Und an den... An den Schneidezähnen. Finde ich total klasse. Beim zweiten Schluck wird er... etwas milder. Aber du hast im Abgang immer wieder diese... Also diese... Anführungszeichen Birbennode. Finde ich sehr, sehr angenehm. Auf der Zunge dann. Trotz... Das ist ja auch ein bisschen was... Was kräutriges beim Ausatmen. Mhm. Die Frucht ist gar nicht mehr so sehr präsent beim Trinken. Beim Riechen hast du das. Beim Riechen hast du das, genau. Vier, fünf Tropfen Wasser rein. Ja. Vom Große her macht du gefühlsmäßig... wesentlich mehr auf mit Wasser. Ja. Es kommt wirklich... Jetzt kommt ein bisschen mehr Süße durch. Auf alle Fälle... Jetzt gehe ich mit der Süße auch mit. Die hatte ich vorher noch nicht so präsent. Und wie gesagt... Hab... Das Holz wird meines Erachtens nach aber auch... Äh... Deutlicher. Etwas deutlicher. Etwas stärker. Genau. Und wenn du... Also hab ich dann... Wenn ich dann einatme... Auf der... Auf dem Einnasenloch... Dann hast du den Alkohol wieder etwas mehr. Der Präsenter. Der beißt dann etwas mehr in der Nase. Aber ich finde mit Wasser... Wesentlich weicher. Ja. Vom Geschmack her ja. Macht wahnsinnig auf. Holt so ein bisschen dunkle Frucht ab. Das Holz ist mehr da. Ich würde auch sagen... So ein kleines bisschen Piment oder sowas. Aber es macht dann... Wenn du Wasser trinkst, hast du nicht mehr die Zähne ganz so stumpf. Merkst du das? Mhm. Aber du hast einen schönen... Diese leichte Birbennote. Diese Holzigkeit. Und diese Frucht. Diese roten Früchte. Rotwein. Aber es kommt mehr auf den Karten. Es kommt mehr... Ja, ich kippe mich an. Eigentlich... Trinken ist ja gar nicht so. Ich kann wirklich gerne da an dem Ding riechen. Leider. Positiv. Es kommen auf alle Fälle wesentlich mehr Aromen in den Wasser. Ja. Dann kriegt ihr auch was leicht Maritimes. Also so eine... Leichte Piment- und Salznote. Ja, leichte Piment- und Salznote. Ja, leichte Piment- und Salznote. Campbelltown Malls Festival. Muss immer gucken, ob es noch ein paar Flaschen zu ergattern gibt. Aber wenn dem so ist, dann auf alle Fälle für mich eine ganz klare Trinkempfehlung. Ein Whisky, der nicht wirklich typisch ist. Der aber, wie ich finde, sehr sehr schmackhaft ist und wirkt ungeheuer lange nach. Also an den 10 hast du es lange an der Zunge und kaum hast du es sehr sehr lange. Gefällt mir sehr sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf gefällt mir und auf abonnieren. Wenn nicht, schreibt uns in die Kommentare. Positiv ist natürlich auch sehr sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.